Mittelalter. Seit über einem Jahr erzähle ich euch nun Geschichten aus der Zeit zwischen dem 5. Jahrhundert und dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Und nun ist es Zeit für Mittelalter 2.0 mit neuem Sound und neuer Optik. Von nun an kann ich zu jedem beliebigen Punkt springen, zum Beispiel nach Cornwall, wo große Teile des Tristan Gottfrieds von Straßburg spielen. Eine der nächsten Geschichten auf Mittelalter.